Willkommen zu Madtech 3 und ja, ich geh jetzt CEP holen, oder wie das heißt, als erstes war ich hier ein paar Spitzhecken hier raus, ah ne, ich hab schon genug davon dabei, ähm, ich kann, nein, oh fuck, wie nix weiß, so, also ich geh jetzt mal ein, Alter, alter, nee, die Dinger sind zu nervig, okay, ach komm schon, also ich brauch ne Hülle da, durch die Hülle brauchen wir das zurück, oh, alter, alter, mach mal ab, mach mal nerven, das ist das Tor, scheiße, ich suche mir jetzt einfach ne Hülle da, diese Spalte, genau, die Spalte, die Spalte ist immer gut, also die Spalte gute alte Spalte also, was haben wir hier als alles drin, 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 Lackritze Lackritzen so, ähm, dann, was bräuchten wir eigentlich nochmal, ich hab's vergessen, ach, ich sollte mich runtergraben und dann, hm, ich weiß nicht, ähm, okay, das mach ich nicht mehr, mein Gott, ey, das, das ist doch zum Kotzen hier, mein Bett ist noch nicht platziert, ach komm, ein Bruchstein okay, ne Hülle, perfekt, ähm, aber nicht so ne große Hülle, so, hier ist was Mann, das, so viel Mist, wie man hier aufnimmt, ey, das ist doch, boah, jetzt bekomm ich das alles noch wieder, kann doch nicht wahr sein, das brauch ich nicht, Scheiße Ich brauch das CEP, oder wie es heißt, oder ich mach zuerst diese Karamell C, E, P, I, Z, P, I, Z, P, I, Z, P, I, Z findet man eh bestimmt ganz unten, äh, das ist nicht gerade nicht hier weiter runter, äh, hier, ja, gute Idee, schlechte Idee, schlechte Idee, wieso, jetzt herzt du meine Spitzsäcke weg, was soll ich jetzt machen, Hör auf zu brennen, bitte, hör auf, hör auf, bitte, kann doch nicht wahr sein, diese Welt ist so am Arsch, die regt mich aber jetzt schon so auf, ist das ein Schaf, oh mein Gott, bitte, drop Wolle, was ist das denn jetzt schon wieder, Waffelnugget, hört euch so krüpplig an, die Diener brauchen wir auf jeden Fall, scheiße, das ist noch so ein, diese goldene Diener brauchen wir ein 16 Stück, okay, ein Questziel kann man schon mal abschließen, 16 Stück von diesen Dingern sammeln, toll, isst man so ewig, und dann isst man es langsam, da unten ist noch eins, zack, da ist noch eins, Alter, ich, ich kling so desinteressiert hier, einfach so langweilig, ob ich so, mh, kann man gut auf dieses Spiel, im Moment ist es auch so, weil wir in dieser scheiß Dimension sind, aber, es ist auch scheiße, hier, hier, 11, 11, und weil Benni nicht da ist, rieche ich immer so komisch, noch ein Sitz länger, ruhig eingesehen, glaube ich jetzt, 14, 15, 16, und, wir ab nach Hause, nein, Moment, 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 Was war das für eine Quest überhaupt, da, mysteriöses Eck, Fintom is a witch can be found, end of a jelly dungeon, Fintom is a witch can be found, a jelly dungeon, a jelly dungeon, hmm, Wo findet man, wo findet man, ein jelly dungeon, was weiß ich, ich gehe jetzt auf die Suche, und suche einen jelly dungeon, bis Benni wieder zurückkommt, so, das war's dann, best für ever, ähm, nein, was soll ich nicht tun, Bett, kann ich lösen, nee, Bett, tue ich dir bei hin, ich kann nur nachts schlafen, das wird gemacht, ähm, was soll ich mit machen, ich vergiss das dauernd, aber, hm, ach, Moment, ich habe ja noch das, Honey-Zeug, so, 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 mh, hier sind so Röller, oder, Scheiße, mh, 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 pisst, 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 die hier, Honey-Komp-Helmet, Honey, honri, was wird alles daraus gemacht, Honey-Arrow, Honey-Shard, okay, was brauche ich alles eigentlich dafür, nur die Werkzeuge, ja, ja, erst so schwach ist die Rüstung, eins, zwei, drei, ist ja fast wie meine Rüstung, naja, fast, ich muss mit Aeta zurück, sonst, hab ich Arschkarte, Huch, um, eins, Schuhe, so, jetzt muss ich noch mehr Hornet geben, was das jetzt auch war, das hat sich nicht gut angehört, und, ähm, oh, zum Glück haben wir die, die Dinger noch, die, 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 die Dinger, mhm, so, so, scheiße, mhm, 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 so, so, Honey Helmet, Golden Shooter Flower, Golden Shooter Flower, ach, machen wir das hier, Mysterious Egg, ähm, das jetzt mal, das jetzt mal, das jetzt mal, so, so, Kritz, mhm, Spitziker, und Farben gehen, ne, Moment mal, was geh ich überhaupt, Farben, Spawn Point, ähm, Farben, 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 was geh ich überhaupt jetzt, Farben, ach so, für die Dinger, ach ja, in der Spalte waren noch welche, und hier ist was, so, mhm, 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 ähm, da ist auch noch was, rüberspringen, zack, ähm, da unten ist noch was da, Kritze brauche ich nicht mehr, schön hingleiten, so, hier runter, fuck, die Shift abbauen nervt, aber so richtig manchmal, ist das Charged, Charged, ne, das Kristall einfach noch, aber die brauchen wir eh später, wo ist hier noch mehr, oh nee, honey, 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 hier ist noch mehr, aber noch mehr, das ist zu wenig, äh, da ist noch mehr, so, mhm, das noch mehr, perfekt, so kann man das mit der Hunter bauen, Also das Dirt, das Dirt aus dieser Dimension hier, aber, oh, direkt, so kommen wir schneller ans Ziel dieses Projektes und hier ist kein Honey, schade, hier unten könnte noch was sein, ja, hier ist auch was. So, da komme ich jetzt hoch, ein paar Hochbahn, da ist noch mal, frag mich, was diese Hasen eigentlich tun, weil das ist so leise, ne, ne, ist nichts, ähm, so, der ist interessiert zu reden, äh, komm schon, das war's, aber ich habe auch genug, muss ich noch hier raus, na, ist auch nicht, ähm, Warte mal, ich könnte es nicht aufnehmen, 25 Stück, jetzt einfach irgendwie nach Hause kommen, aber, das ist kein Honey. Hallo, 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 willkommen zurück, Benni. Ja, ich, äh, ich habe noch ein paar Sachen in Real Life, Alter, was ist das? Cool. Ähm, Benni, guck mal in Quest-Dock, da habe ich schon ein paar Quests gemacht. Alter, ich bin tot, wegen dem scheiß kleinen Wächter. Oder was war das, bottom? Squat. Squat. Es, äh, egal, ich will es nicht wissen. Angry, das war uns Angry Swat-Wan. Oh, lol, was hast du denn aus meinem Schrank bekommen? Ja, guck mal bei Mission, Benni, du hast was. Ich glaube, ich habe zwei Missionen gemacht. ja ähm und ich bin grad an du hast eine Mission gemacht ja ja ich mach grad die zweite was wollen wir bei der zweite machen? äh Candlebow Honey Arrow ja aber das Problem wir kommen nicht mehr in den Aeter zurück wieso was müssen wir holen? ähm Strings oh hell oh nein mhm du sagst es also ein Schwert fertig kannst du wieder ein Stück weit aufnehmen ich äh ich muss mal die Klima lange besorgen ok 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 tschüss tschüss also oh wir haben schon über 15 Minuten sorry ich hab dich schon später bis zum nächsten Mal tschüss